Rap One, Rücken unschlagbar, mit der Form muss er zum Olympia. Let's go! Geil, dass Rap One wieder so viel Content aufschaut. Finde ich sehr gut. Wesley? Ja. Boah! Was ist das denn bitte für ein geiler Rücken, Mann? Ja, irgendwie hat der Stefan Kienzel Athleten, nicht nur Nathan die Escher in der offenen, sondern auch hier in der Classic Physik, Athleten, Entschuldigung, Athleten mit brutalem Rücken, ne? Was ist das, Alter? Ich finde es echt schade, dass Wesley sich auf der Olympia nie so richtig gut platziert. Obwohl, für mich ist Wesley so der Inbegriff von Classic Physik. Es ist nicht zu viel, nicht zu wenig, er hat die perfekte Masse, aber es entwickelt sich ja wieder in eine andere Richtung, ne? Everybody wants to live forever Everybody wants to stick around Auch sein ganzes Erscheinen, sein Auftreten, sein Posing, das ist Classic, Mann. Rap One einfach AgroTV von Bodybuilding. 12 Days until Alicante, Spain. A lot of people know I'm... Ach geil, der startet jetzt am Wochenende, nice. ...already doing that competition, um, it's gonna be amazing, because me and Stefan have really, um, um, sculpted a package now, that I've always wanted. Like last year to Olympia, I already brought a package that I'm very proud of, but that only was the prototype of what I am right now. We really, uh, refined that package basically, and I was thoroughly ready, so I'm already way below my weight limit, as you guys know, the weight limit has gone up, so with 900 grams for me, and I'm right now about 2.2 kilos below that weight limit, so Stefan has given me more high days, because the conditioning is already there. So being ready... The condition is already there. Der hat die krasseste Stimme überhaupt, Sabson, letztens gesagt in einem anderen Video, der Kollege, also früher, wo wir auf den reagiert haben, der könnte auf jeden Fall Synchronsprecher werden. Riech angenehme Stimme. Ja, man, wie diese EA Sports, it's in the game. Eddie, around two weeks out, that's perfect, so I'm really... Einfach dieses perfekte Englisch, ne? Feeling very, very confident about the show, and I'm very excited to see, whoever is gonna compete there, it's gonna be a blast for sure. Oh, Jungs, richtig geile Linie, man. What a rück, Jungs, wie geht das? Ja, Beine sind für mich schon irgendwie fülliger als letztens. Ja, wenn man sich das so anschaut. Er ist aus der Niederlande, genau. Boah, Junge. Was ist das denn bitte für eine perfekte Doppelbeats, das ist von vorne, krank. Linie Business, danke dir fürs Abo mit Prime. Guten Abend. Freunde, ganz kurz, was bedeutet das, wenn sowas passiert? Update, ein Update, oder was ist das? Ist auf einmal so passiert, ich weiß nicht, was das ist. Wahrscheinlich ein Strecks-Update, oder? Und an dieser Stelle gibt's eine ganz kurz Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall ESM.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer-Way-Protein. Und schaut auch unbedingt auf OACE vorbei, da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William, alle Links immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Update, alles klar, danke dir. Geil. Die Pose auch brutal. Richtig Klassik. Die Schulter, wie schön crispy und streifig, ne? Geiles Paket. Geiles Paket. Willst du den Lager sein? Ja. Gut. Das Ziel für die nächste Saison ist, dass ein verbessertes Weserli, was jeder hat. Die X-Rain, die bessere Legs, die bessere Konditionen, die Glutriationen, all diese Dinge, die auf dem stage werden, in Kombination mit dem oldschool Damend Klassik Physik look, die ich liebe von der Arnold-Era. Die modern-Era und die oldschool-Era kombinieren. Ja, er war in der Top 10, entweder 10. oder 9. Ich hab's nicht mehr ganz auf dem Schirm, Freunde. Ach, 8er wurde er, hat er jetzt auch hier gesagt, krass. Ich würd's ihm unfassbar gönnen, aber er wird schwer. Wenn Brian, nicht Brian, Terence Ruffin auch nochmal gut kommt, dann haben wir, überlegt mal, wir haben Sibam, Urs und Dino. Die drei kommen safe in die Top 5. Dann haben wir noch Terence Ruffin, wenn er dieses Jahr mit einem erhöhten Gewichtslimit messerscharf kommt, wäre das sogar für mich ein Top 3-Kandidat. Dann haben wir noch Mike Sommerfeld, da ist die Top 5 schon eigentlich perfekt ausgefüllt. Ich glaub, Ruffin kommt und wie eine Bombe wird der kommen, Digga. Und dann gibt's natürlich auch noch irgendwelche Underdogs, die man gar nicht auf dem Schirm hat. Aber natürlich auch Wesley, ne. Spannend. Mr. O wird ein krasses Ding. Breen Ansley glaub ich nicht, macht der jetzt noch Classic oder nicht? Aber ich glaub, Breen Ansleys Zeit ist auch langsam so. Der ist auch schon alt, ne. Natürlich hat er noch eine brutale Condition, brutale Qualität, aber ich glaub, bei ihm ist auch langsam so der Zug abgefahren. Breen ist 2-12er. Genau, so hatte ich das auch auf dem Schirm, dass er doch Classic wechseln wollte. Hab ich mich nicht getäuscht, ja. Naja. Wobei, da wird der auch nicht rasieren. Guckt euch mal die 2-12er Pros an, wie die aussehen. Da ist ein Breen Meilen weit entfernt. Ja. Ja. Junge. 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 Hier passiert nichts Wildes in dem Video, aber es ist einfach geil dem zuzugucken beim Posen, ne. also, den der macht er so geschmeidig. Wundermann. Wesleys ist auch bei Stefan Kienzel. Richtig. Das war's. Schön mit der Pumping Iron Musik, Alter. Geil. Brian, Brian, sag ich schon. Wesley Wizzers. Geiler Typ. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei ASN.com vorbei mit Rabattcode William. Sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres IsoClear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch zwei Wochen. .com ist jetzt online. Da könnt ihr euch aktuell drei verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei OAS.com ab. Denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tank-Tops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch dreimal die Woche bei Twitch vorbei. Um 20.30 Uhr, Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.